Ich darf Sie wieder einmal begrüßen zu einem weiteren Tutorial zum Thema GPS Explorer und heute widmen wir uns in diesem Teil der Objektübersicht oder Fahrzeugübersicht je nachdem und da ganz besonders diesem oberen Bereich erstmal, denn schon der hat es in sich. Ja, wir fangen an mit diesem kleinen Häkchen, dem Vollbildmodus für Anwendungen. Was bedeutet das? Sie haben ja im GPS Explorer verschiedene Anwendungen, mit denen Sie arbeiten können. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel Aufträge Touren und schauen uns einfach mal die Übersicht an, alle Aufträge, die es derzeit gibt und wenn ich diesen Haken gesetzt habe, diesen Vollbildmodus, dann kann ich ablenkungsfrei in diesem Modus für das Auftragsmanagement arbeiten, weil man kann ja davon ausgehen, mit dieser Software arbeiten ja womöglich mehrere Mitarbeiter, unterschiedliche Mitarbeiter, Sie haben vielleicht einmal den Disponenten, aber vielleicht einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die sich speziell um das Thema des Auftragsmanagements kümmert und dann benötigt man in dem Fall keine weiteren Informationen. Ich nehme jetzt mal den Haken raus, damit Sie wissen, was ich meine. Jetzt habe ich Informationen einmal zur Objektübersicht, ich habe auch den Zeitstrahl eingeblendet. Wenn ich jetzt eben diese Informationen nicht benötige, weil ich mich explizit nur mit dem Thema Auftragsmanagement beschäftige und habe ich diesen Haken gesetzt, dann kann ich also dieses komplette Fenster nutzen, um im Auftragsmanagement zu arbeiten. Das ist also Sinn und Zweck. Okay, das Vollbildmodus für Anwendungen, so ich setze das Ganze jetzt wieder zurück, den Button kennen wir natürlich auch und gehe jetzt mal weiter in der Erklärung dieses oberen Bereiches und zwar haben wir hier ähnlich wieder die Möglichkeit der Darstellung, die Darstellung zu verändern. In dem Fall können wir die Fahrzeugleiste ein- und ausblenden. Diese Fahrzeugleiste ist beispielsweise interessant oder uninteressant für denjenigen, der möglicherweise nur ein einziges Fahrzeug in seinem Fuhrpark hat und mit einem einzigen Fahrzeug arbeitet. Der benötigt vielleicht nicht unbedingt diese Objekt- oder Fahrzeugübersicht. Also blende ich die aus und kann mich dann auf dieses eine Fahrzeug konzentrieren. Das gleiche gilt natürlich auch für diesen Zeitstrahl, den man möglicherweise nicht benötigt. Dann kann ich auch diesen Zeitstrahl ausblenden. Das Einblenden funktioniert im Übrigen sehr einfach. Sie sehen hier unten ja immer diesen kleinen Pfeil, diesen kleinen Reiter. Wenn ich hier linke Maustaste draufklicke, dann habe ich meinen Zeitstrahl wieder im Bild. An diesem Button, mit diesem Button blende ich sowohl die Objektübersicht als auch den Zeitstrahl aus und habe hier wieder mit diesen Reitern die Möglichkeit, entsprechend diese Funktionen wieder einzublenden beziehungsweise diese Fenster wieder einzublenden. Und eine sehr schöne Möglichkeit bietet mir dieses Nur-Anwendungsfenster auf voller Größe anzeigen. Das mache ich jetzt auch mal und Sie hätten jetzt also Ihren kompletten Fuhrpark in der Übersicht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen zwei Funktionen zeigen. Ich gehe jetzt mal her und zoome jetzt mal auf alle meine Fahrzeuge. Das mache ich hier oben in der Objektsteuerung, in der Kartensteuerung und hätte jetzt hier meinen gesamten Fuhrpark im Überblick und könnte jetzt hier meine Fahrzeuge sehen. Das wäre eine Möglichkeit, beispielsweise können Sie sich einen großen Monitor an die Wand hängen und hätten so dann eben den Fuhrpark im Überblick. Eine weitere schöne Funktion in diesem Zusammenhang ist die Möglichkeit, auch Ihre Fahrzeuge rotieren zu lassen. Was bedeutet das? Ganz einfach, ich zeige es Ihnen mal in der Objektübersicht, um was es sich hier handelt. Automatische Auswahl, ein, aus, das ist also quasi die Funktion der Rotation. Die schalte ich jetzt ein und Sie sehen jetzt hier oben fängt er an, mir die Fahrzeuge nacheinander durchzuschalten. Angefangen jetzt eben vom oberen, von diesem MI6 CAN-01, jetzt geht es gleich weiter zum IN-1 V2. Das dauert ein paar Sekunden, man kann ungefähr rechnen, circa 10 Sekunden. Jetzt sehen Sie, jetzt hat er umgeschaltet und so schaltet er sich jetzt durch alle Fahrzeuge. Und diese Funktion beispielsweise, wenn ich jetzt in der Disposition sitze, dann zoome ich einfach mal auf meine Fahrzeuge etwas näher ran, nehme mal diesen Zoom-Bereich und schalte um auf das Anwendungsfenster in der vollen Größe. Und jetzt funktioniert eben diese Rotation wunderbar, sodass ich mich einfach mal in einem Rhythmus von 10 Sekunden beispielsweise durch meinen Fuhrpark zoomen kann und sehen kann, okay, was ist da draußen los. Und so kann man sich ja auch mehrere Bildschirme an die Wand hängen und dann verschiedene Modus-Modi durchspielen. Und beispielsweise hier diesen Rotationsmodus, also eine sehr gerne genutzte Funktion in diesem Zusammenhang. Gut, wir schalten wieder um und setzen unsere Karte wieder zurück und schauen uns diesen Button an, nämlich die Möglichkeit, ein Bildschirmfoto anzufertigen. Das bedeutet, Sie können also jetzt direkt aus der Software heraus, ohne, Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, über Ihr Betriebssystem einen Screenshot anzufertigen. Aber diese Funktion wird relativ oft gebraucht, beispielsweise, wenn man bestimmte Vorfälle dokumentieren möchte oder seinem Kunden oder seinem Mitarbeiter oder wie auch immer, wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu dokumentieren, dann kann ich also hier ein Bildschirmfoto anfertigen. Das können Sie natürlich im Live-Modus tun, das können Sie aber auch natürlich, indem Sie eine bestimmte Situation sich aufrufen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Wir bleiben mal bei diesem Fahrzeug, dem Demo 01. Okay, wir sind hier noch in der Rotation, die muss ich natürlich ausschalten. Ich schalte jetzt mal die Rotation aus, das habe ich gerade vergessen, aber kein Problem. Okay, und gehe wieder in den Demo 01 und möchte mir jetzt beispielsweise eine bestimmte Situation aus diesem Paket hier dokumentieren. Dann lasse ich mir erstmal die Fahrspur, die rufe ich mir jetzt auf. Jetzt sehen Sie gleich, wie sich auch dieser Bereich, der schaltet sich auch um, das gucken wir uns im Übrigen in einem weiteren Tutorial auch noch mit an. Es geht jetzt nur mal um die Möglichkeit, ein Bildschirmfoto anzufertigen. Ziehe jetzt mal eine bestimmte Uhrzeit, eine bestimmte Situation und sage, okay, um 5 nach 10, da möchte ich jetzt ein Bildschirmfoto haben von dieser Situation. So, circa. Jetzt zoome ich da noch ein bisschen ran, dass ich das noch ein bisschen besser habe. Und möchte einfach diese Situation abfotografieren. Und jetzt gehen Sie hier auf Ihren Screenshot und haben die Möglichkeit, den gesamten Bildschirminhalt, das bedeutet also, dieses komplette Fenster oder beziehungsweise Ihren Bildschirminhalt, sich anzeigen zu lassen. Bildschirminhalt bedeutet, wir schalten auch gleich um. Ganz kleinen Augenblick. Und dann sehen wir, das ist unser kompletter Bildschirminhalt. Den benötigen wir womöglich nicht. Das interessiert weder unseren Kunden noch vielleicht den Mitarbeitern, dem wir hier was dokumentieren möchten. Wir möchten vielleicht nur den Browserinhalt uns ansehen oder ein bestimmtes Aktionsfenster. Browserinhalt bedeutet, auch das sehen wir uns gleich an, jetzt haben wir nur den Inhalt des Browsers. Und jetzt kann ich hier unten einen Kommentar noch dazu schreiben. Bitte kurz zurückrufen, wie auch immer. Und dann mir hier direkt ein PDF erstellen lassen. Oder eben ein PDF nur von dem Bild oder eben mit dem Kommentar. Weitere Möglichkeit des Bildschirmfotos, des Screenshots, ist ein Aktionsfenster. In diesem Fall möchte ich eben nur diesen Bereich dokumentieren. Ich benötige also weder die Objektübersicht noch die Zeitleiste. Dann nehme ich also nur einen Screenshot vom Aktionsfenster. Oder aber ich wähle mir ganz explizit eben eine Rechteck, nämlich dieses hier. Und sage, ich brauche ja nur diesen Teil des Bildes, diesen Bereich fotografieren. Jawohl. Und jetzt habe ich eben nur diesen Bereich, den ich natürlich auch wieder kommentieren kann. Also, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, um einfach Situationen zu dokumentieren. Ich gehe wieder raus, setze meine Karte wieder zurück. Aber Sie sehen, Sie haben eben hier wunderbare Möglichkeiten, auch über die Funktion des Bildschirmfotos hier bestimmte Dokumentationen direkt und ganz schnell anzufertigen. Dieser Pfeil hier oben rechts bedeutet Fahrzeugleiste ein- oder ausblenden. Das wäre jetzt auch eine sehr schnelle Möglichkeit, eben die Objektübersicht ein- und auszuschalten. Und dann geht es weiter mit diesem Button hier, nämlich diesem GPS-Auge. Und hierbei handelt es sich um die sogenannten Ansichtsoptionen. Das heißt, hier sehen wir im Endeffekt, wie sich das Ganze hier auf der Karte darstellt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal von oben nach unten an, die ganzen Features, die wir hier haben. Zum einen mal Fahrzeuge ein- aus. Jetzt sehe ich nur meine Karte, meine Fahrzeuge sind ausgeschaltet. Ich könnte einzelne Fahrzeuge in der Karte wieder aktivieren, indem ich einfach hier beispielsweise dieses Häkchen setze. Okay. So, zentrieren wir wieder das Ganze. Dann die Fahrzeuglabels. Sie sehen hier über den einzelnen Fahrzeugen in der Karte diese Labels oder Badges, je nachdem. Und ich möchte mir vielleicht nur das Label des Fahrzeuges anzeigen lassen, weil ich es sich auch hier aktiviert habe. Das ist in diesem Falle mal Demo 01 oder ich nehme mir jetzt mal diesen Demo 03. Und schalte jetzt die Fahrzeuglabels aus und habe jetzt eben nur noch diesen Demo 03, dieses Label, aktiviert. Weiter geht es mit der Statusfarbe. Statusfarbe, das ist das, was Sie hier sehen. Sie können ja jedem GPS-Auge verschiedene Status zuweisen. Das können Sie zum einen manuell tun, nämlich einmal über das Statusboard, also einem externen Gerät. Oder beispielsweise auch im Falle vom GPS-Auge in One oder in One V2 können Sie das direkt über den Bildschirm vornehmen. Und ich habe jetzt hier einmal bei meinem Demo-Gerät den Status auf Blau gestellt. Überall, sonst steht er auf Rot. Das kann im Übrigen auch automatisch vorgenommen werden. Ganz wichtige Info hierzu. Also nicht nur über das Statusboard, sondern Sie hätten auch die Möglichkeit natürlich einen Abgriff zu übertragen. Das könnte sein, Taxi-Licht ein, aus, Laderampe offen, geschlossen und so weiter. Also wie gesagt, diesen Status können Sie sich auch entsprechend übertragen lassen und einen Abgriff übertragen. Das mache ich jetzt. Statusfarbe ein, aus. Jetzt sehen Sie, natürlich sind die meisten meiner Fahrzeuge jetzt hier in Rot gehalten. Das liegt daran, dass ich hier mich in einem Demo-Account bewege, in dem eben Fahrzeuge sind, zu denen ich keinen Zugriff habe. Bei meinem GPS-Auge habe ich jetzt eben den Status mal auf Blau gestellt. Und Sie sehen, hier wird der Status dann in der entsprechenden Farbe übertragen. Natürlich ist es so, ich habe hier an einem Standort verschiedene GPS-Augen. Das Ganze wird jetzt eben noch von einem anderen GPS-Auge überlagert. Und zwar, es müsste sich um das Entwicklungsgerät handeln. Jawohl, genau. Jetzt schalte ich das Ganze mal aus. Und dann sehen Sie, okay, hier ist jetzt eben das GPS-Auge in OneV2 eben mit dem entsprechenden Status. Und so können Sie Ihren gesamten Fuhrpark sich eben in dem entsprechenden Status anzeigen lassen, der eben definiert hat. Das könnte sein, dass Sie eine Farbe definieren für Mitarbeiter, die jetzt gerade eine Pause machen. Also einfach verschiedene Statusmöglichkeiten, die Sie dann direkt auf der Karte in dieser Art und Weise sehen. Ich setze das jetzt wieder zurück, schalte die Statusfarben wieder aus und habe eine ähnliche Funktion, nämlich bei dem Thema der Benutzerfarben, die ich auch hier ein- und ausschalten kann. Benutzerfarbe, was bedeutet das Ganze? Sie sehen schon, hier unten ist das Ganze umgesprungen jetzt auf Gelb bei diesem Gerät. Hier wurde also diesem Mitarbeiter die Farbe Gelb zugewiesen und die Möglichkeit, die Benutzerfarben zu verändern, die habe ich jetzt bei dem Reiter Anwendungen, dort bei den Geräten. Und hier beispielsweise hätte man die Möglichkeit, im Bearbeitungsmodus jedem Fahrer eine bestimmte Farbe zuzuordnen. Diese Möglichkeit wäre hier gegeben und hier hätte man die Möglichkeit, jedem Fahrer eine bestimmte Farbe zuzuordnen, die dann eben in der Karte angezeigt wird. Weiter geht es hier mit den Ansichtsoptionen, aktiv, inaktiv, ein, aus. Das bedeutet, ich möchte jetzt die Fahrzeuge sehen, die sich gerade bewegen und die Fahrzeuge, die gerade stehen. Das ist also hier, habe ich das ja auch gekennzeichnet, alle mit dieser grünen LED sind die Fahrzeuge, die gerade sich bewegen, beziehungsweise die gerade, bei denen auch der Motor läuft. Und hier habe ich eben direkt auf der Karte sehe ich dann, okay, das sind die inaktiven Fahrzeuge und hier habe ich die aktiven Fahrzeuge und sehe das Ganze schön in, auf einer Karte. Icons groß, klein, was bedeutet das? Ganz einfach, sie bewegen sich vielleicht in einem sehr engen Umkreis. Das könnte jetzt sein, dass sie vielleicht im Stadtgebiet eine Taxizentrale haben und möchten jetzt all ihre Taxen sehen, das sind möglicherweise 20 oder mehr Fahrzeuge. Dann könnte es natürlich sein, dass diese Icon-Größe schon zu groß ist für eine vernünftige Ansicht. Dann schalten Sie einfach um, Sie sehen, jetzt sieht man eben diese Icons in dieser Miniaturansicht. Und es kann durchaus Sinn machen, beispielsweise wenn Sie in einem engen Umkreis sich befinden, egal ob Spedition, Taxi, aber hier könnte man eben die Darstellung sich etwas vereinfachen. Okay, ich schalte wieder um, schalte die Icons wieder auf groß und gehe weiter zu dem Reiter Infofenster. Infofenster, hier können Sie sich auf der Karte auch noch einmal direkt weitere Informationen anzeigen lassen. Ich arbeite jetzt mit einem sehr kleinen Kartenausschnitt, ich muss das hier ein bisschen größer ziehen, das ist kein Problem und habe jetzt hier einmal, ja wie gesagt, diesen Reiter, nämlich das Infofenster. Und hier sehe ich direkt und auf die Schnelle eben Fahrzeugdaten, Tageslenkzeit, Motorlaufzeit, Gesamtkilometer, die Gerätenummer und kann natürlich auch hier mir Mitarbeiterdaten anzeigen lassen, sofern ich eben Mitarbeiter- oder Fahrerdaten hinterlegt habe. All das ist eben möglich und sogar Telemetrie-Werte, wenn ich beispielsweise den CAN-Bus angeschlossen habe. Schauen wir uns an in einem weiteren Tutorial, wo es da ganz speziell um das Thema CAN-Bus geht, aber diese Möglichkeit hätte man also hier. Natürlich in der Rotation würde er mir dann entsprechen, wenn ich auch hier umschalte, würde er dann ganz schnell, in diesem Fall zeigt er mir nichts an, weil das Gerät steht hier neben mir. Aber hier beispielsweise bei dem Demo 03 habe ich natürlich auch ganz schnell die Informationen eben zu diesem Fahrzeug oder Demo 04 und kann mir das Ganze eben schön anzeigen lassen. Okay, dann schalte ich hier wieder aus und widme mich dann dem letzten Punkt der Ansichtsoptionen, nämlich das, was wir vorhin auch schon mal gesehen haben im Zusammenhang mit dem Vollbildmodus, mit dem kompletten Anwendungsfenster, nämlich die Möglichkeit der Rotation. Das heißt automatische Auswahl ein, aus. Wenn ich also diese Funktion aktiviere, dann schaltet er mir eben die Fahrzeuge von oben nach unten durch und legt dann quasi den Zoom. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen weiter in die Karte rein, dass das klarer wird, das Ganze. Und dann schaltet er mir eben von oben nach unten automatisch eben meine Fahrzeuge durch und wirft dann den Fokus dann so im 10 Sekunden Rhythmus auf meine einzelnen Fahrzeuge, sodass ich einfach mir ein genaueres Bild noch machen kann über die derzeitige Situation in meinem Fuhrpark. Okay, da schalte ich wieder aus, setze die Karte wieder zurück und gehe auch wieder, zoome wieder auf alle meine Fahrzeuge. Schauen wir uns einmal diesen Punkt an. Dieser Punkt nennt sich Fahrzeug automatisch zentrieren. Wir nehmen uns jetzt wieder mal ein GPS-Auge, welches sich gerade draußen, welches aktiv gerade auch fährt, den Demo 03 und zentrieren dieses Fahrzeug. Gehen wir mal in die Satelliten-Option und dort mal in den Zoom-Bereich. Nicht ganz so weit. Und sagen jetzt Fahrzeug zentrieren. Das heißt, das Fahrzeug bleibt also automatisch immer in der Mitte und fährt mir jetzt eben nicht aus der Karte heraus, sondern bleibt eben jetzt hier immer in der Mitte und es bewegt sich die Karte. Würde ich eben diese Funktion deaktivieren, passiert folgendes. Sie sehen das schon, jetzt bewegt er sich eben aus der Karte heraus. Das möchte ich nicht. Ich möchte dieses Fahrzeug wirklich verfolgen und zwar, indem ich dieses Fahrzeug automatisch zentriere. Mit diesem Button hätte ich die Möglichkeit, eine Nachricht an alle Data-Over-IP-fähigen Geräte zu senden, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen würden. Das heißt, alle Fahrzeuge, die mit einem GPS-Auge in One, in One V2 und so weiter ausgeschattet sind, würden alle auf einmal die gleiche Nachricht bekommen. Und hier könnte ich vielleicht eine kurze Info-Stau auf der A7 und sende das Ganze jetzt ab. Und dann würden alle meine Fahrzeuge direkt auf einmal diese Nachricht erhalten, was eine sehr schöne Möglichkeit ist, um einfach ganz schnell innerhalb weniger Sekunden eine Nachricht und wie gesagt kostenfrei, weil das schon in den entsprechenden Servicegebühren dabei ist, abzusetzen an alle meine Data-Over-IP-fähigen Fahrzeuge. Die Übersichtskarte versetzt mich in die Lage, verschiedene Informationen, die ich regelmäßig benötige, in den Fokus zu rücken und mir so greifbar zu machen, dass ich sehr schnell den Zugriff darauf habe. Und das kann man sich auch mal von oben nach unten anschauen. Einmal die Übersichtskarte, das ist eben dieses kleine Fenster hier unten, Aufträge, Touren, das kann ich mir dann hier eben direkt reinholen und mir hier in diesem Kartenausschnitt zeigen lassen, sodass ich dann für jedes meiner Fahrzeuge die entsprechenden Aufträge und Touren mir anzeigen lassen kann, ohne dass ich großartig jetzt hier in dem Menü herum suchen muss, sondern das habe ich dann permanent auf dem Schirm, je nachdem ob ich das eben brauche, ob ich das benötige. So, das setzen wir wieder zurück. Beispielsweise können Sie das auch mit FMS und CAN-Daten natürlich tun, das heißt hier kann ich mir meine FMS und CAN-Bus-Daten zu jedem Gerät auf die Schnelle aufrufen und sehe dann eben genau Radgeschwindigkeit, Kupplungspedal, Bremspedal, eben das alles, Tempomat, Nebenantrieb, all das, was man eben hier in den Favoriten sich anzeigen lassen möchte, was eben der CAN-Bus hergibt bei dem jeweiligen Fahrzeug, was man eben für sich eben nutzen möchte, das kann ich mir hier auch direkt anzeigen lassen. So, auch hier gehen wir wieder raus, stellen das Ganze wieder zurück, schauen uns jetzt einmal die Paket-Info an, dann schalten wir das Ganze mal um, Details zur Fahrspur, nehmen wir mal eine andere Fahrspur, nehmen wir mal das hier, gehen auf die Paket-Info und sehen hier Start, Stop und wissen genau die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit und können uns auch noch Details zum Fahrer, zum Beifahrer anzeigen lassen, sofern diese eingegeben wurden, sofern diese Daten hinterlegt wurden. Des Weiteren haben wir hier noch das Thema zu fahrender Strecke, also die Entfernung zu einem bestimmten Ziel. Das Ganze ist beispielsweise, wenn Sie sich ein bestimmtes Ziel suchen, zu dem Sie Ihre Fahrzeuge senden möchten, dann können Sie hergehen, das mal als Beispiel, nehmen hier wieder einen Zielpunkt, den Sie setzen und lassen sich jetzt die entsprechende zu fahrende Strecke anzeigen. Natürlich auch hier wieder haben Sie ja die nächsten Suche und sehen dann direkt das gewählte Ziel und dann zu dem jeweiligen Fahrzeug, die noch zu fahrenden Kilometer, die Tageskilometer, die geschätzte Fahrzeit, geschätzte Ankunftszeit und die insgesamte Tageslaufzeit, sodass Sie in der Disposition schnell entscheiden können, lohnt sich das, schaffe ich das überhaupt, den Fahrer dahin zu senden oder nicht. Und diese Funktion, wie gesagt, können Sie sich auch permanent in den Fokus setzen. Das also mal zum Thema der Übersichtskarte. Und was wir hier haben, das ist die Gruppenfunktion. Das heißt, hier können Sie Fahrzeuge aus Ihrem Account gruppieren. Moment, ich gehe mal hier, setze das mal zurück. Hier können Sie bestimmte Fahrzeuge aus Ihrem Account gruppieren. Das habe ich schon getan. Beispielsweise jetzt diesen Demo-Account. Das können jetzt irgendwelche Fahrzeuge sein. Beispielsweise Fahrzeuge mit Anhänger oder aber auch Fahrzeuge in Italien. Je nachdem, wie Sie halt diese Gruppen sich auswählen. Und dann haben Sie eben nur diese entsprechende Gruppe auf der Karte, denen Sie dann auch natürlich geschlossen Nachrichten senden können und so weiter. Die Gruppen legen Sie übrigens an mittels der Geräteliste. Das heißt, hier haben Sie ja entsprechend Ihre Geräteliste und hier haben Sie dann auch die Möglichkeit, eine neue Gruppe anzulegen. Das tun Sie hier in diesem oberen Bereich, neue Gerätegruppe. Und dort können Sie dann eben diese Fahrzeuge entsprechend auswählen, setzen hier hinten Ihren Haken an die Fahrzeuge, die Sie entsprechend gruppieren möchten und wählen dann hier oben eine neue Gerätegruppe. Also auch das sehr, sehr einfach von der Verwaltung. Als nächstes die Fahrzeugsuche. Hier können Sie einen Gerätenamen oder eine Gerätenummer eingeben. Das ist das Ganze sehr sinnvoll. Natürlich, falls Sie einen Fuhrpark haben, der 20, 30, 40 oder vielleicht sogar über 100 Fahrzeuge beinhaltet. Und dann haben Sie hier die Möglichkeit, beispielsweise, ich gebe jetzt nur mal ein 04. Jetzt würde er mir vier Fahrzeuge anzeigen. Einmal den DEMO 04, DEMO 03. In diesem Fall aber auch. Kleinen Augenblick. Und das Ganze liegt ganz einfach daran, dass mir beispielsweise hier, obwohl hier keine 4 dabei ist, ich in der Gerätenummer eine 4 habe. Und deswegen würde er auch diese Fahrzeuge anzeigen. Ansonsten kann man das Ganze auch nochmal reduzieren. Ich versuche das mal hier mit EN. Und dann zeigt er mir hier nur dieses IN1 V2. Das ist das Einzige, was ich hier in meinem Account habe. Daher, wie gesagt, auch hier diese Möglichkeit der Suchfunktion. Der nächste Button. Damit verändern Sie die Ansicht der Fahrzeugleiste. Das heißt, jetzt haben wir die normale, die herkömmliche Ansicht, die ja schon auch besprochen wurde, mit LED-Statusanzeige, gefahrenen Kilometern, der entsprechenden Energieversorgung. Und jetzt können Sie hergehen und sich das Ganze auch noch erweitern und sich auch anzeigen lassen. Auf einen Blick, beispielsweise hier unten, die gefahrenen Kilometer, den Spritverbrauch, den relativen Zeitstatus Ihres Fahrers. Hier die Betriebsstunden insgesamt. Also hier haben Sie nochmal Detailinformationen auf die Schnelle. Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, sodass Sie nicht sich über jedem Fahrzeug durch das ganze Menü klicken müssen, sondern sehen hier relativ schnell, okay, welchen Fahrer kann ich denn noch irgendwo einsetzen, wenn das Ganze notwendig ist. Das Ganze geht noch weiter, nämlich mit dem Zeitstrahl. Wir kennen ja schon den Zeitstrahl. Den haben wir hier unten. Und jetzt können Sie sich den Zeitstrahl auch nochmal in einer Miniaturansicht in die Objektübersicht, in der Objektübersicht einblenden lassen und sehen dann genau die Information, die Sie hier unten angewählt haben. Beispielsweise, wenn ich mir jetzt nur einmal die Betriebsstunden anzeigen lassen möchte, dann zeigt er mir natürlich auch für alle anderen Fahrzeuge die Betriebsstunden an. Das Ganze dauert einen ganz kleinen Augenblick, bis der die Werte geladen hat. Ich nehme jetzt mal die Motorlaufzeit. Das ist, wie gesagt, eine wunderbare Möglichkeit, sich auch wirklich mal schnell einen Überblick zu verschaffen über diverse Informationen, sei das jetzt Lenk- und Ruhezeiten, ob das die Betriebsstunden sind von einem bestimmten Fahrzeug. Also, wie gesagt, alles, was der Zeitstrahl hier unten hergibt, Betriebsstunden, Motorlaufzeit, GPS, Datenpakete, Lenk- und Ruhezeit, all das kann ich mir auch hier oben nochmal ganz schnell in der Übersicht anschauen. Und das, wie gesagt, eine fantastische Möglichkeit, um sich einfach einen schnellen Überblick zu verschaffen. Okay, dann setzen wir diese Funktion wieder zurück bzw. gehen wieder in den normalen Ansichtsmodus und sehen uns gleich wieder zum zweiten Teil zu dem Thema Objektübersicht beim GPS Explorer und ich sage bis gleich.